Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Beweg dich, Alex Adriana? Adriana? Was? Das Essen ist gleich fertig Komm gleich Ganz ruhig, ich bring das Essen Ich wiederhole die Lösegeldforderung Eine Million Dollar in Hundertern Es ist beruhigend, dich in solchen Momenten an meiner Seite zu haben, Junge Kann ich behilflich sein? Ich werde heiraten, Papa Du hast den Verstand verloren Ich komm nicht zurück, Alex Wohin kommst du nicht zurück? Nach Hause Was meinst du, wie lange es dauert, bis sie dich schnappen? Ob du frei bist Oder nicht, hängt von mir ab Wenn ich falle, Alejandro, fallen wir alle Willkommen, mein Junge Papa hat es für uns getan Er kann niemandem vertrauen Ohne deine Hilfe ist es sehr schwer für ihn Hast du Zweifel? Ich kann nicht, Papa Sehr gut, mein Sohn Sehr gut